Das Interessante bei Battlefield Hardline ist ja, dass das hier wirklich mal ein komplett anderes Szenario ist, außer dieses hier Russland gegen die USA. Das ist ja wirklich mal so eine Art Counter-Strike. Da hast du immer 5 gegen 5, wo du Geiseln befreien musst. Das habe ich auf der Gamescom gespielt. Das war interessant eigentlich. Du musstest hier die Geiseln befreien, hast du wirklich nur eh Leben. Das heißt, wenn du gestorben bist, bist du dann weg gewesen erst mal. Außer es hat die wieder eh nur reanimiert. Das fand ich gar nicht mal so schlecht. Ja. Ich habe es auch schon mal, also es gab schon mal so eine Promo-Phase. Die Beta gab es ja. Aber auf der Gamescom war es halt mal ein anderer Modi, da wo du halt Geisel retten musst. War wirklich nicht schlecht. Von wo denn? Was? Und was wollte ich mal sagen? Das Problem war, ich bin da nicht zurecht gekommen, weil ich mit Controller gespielt habe. Und das kann ich nicht. Warum? Du spielst mit Controller. Na, auf der Gamescom wird fast alles auf Controller und auf Controller und hier, wie heißt es, Konsolen gespielt. Ich habe keine Chance gehabt. Außer League of Legends und Counter-Strike. Ja, Counter-Strike kannst du immer mit dem Controller spielen. Damit herzlich willkommen hier bei Philips Gaming, bei Let's Play Watch Dogs. Äh, Quatsch. Äh. Watch Dogs. Battlefield. Hast du jetzt erst gejoin? Ja. What the fuck. So, ich bin immer ein bisschen Spät-Checker-Märkten damit. Ja, bei B, ne, ist irgendwie gerade voll der Action. Ich liege auf dem Dach und in den Front ein Panzer rum. Ich bin bei A. Ich war gerade bei A und der ist eingenommen. Perfekt. Ja, ich sitze bei B und Dach. Jetzt gehe ich mal nur mit Panzer. Panzerabwehr. Wenn du, hat mich immer noch gecheckt, dass ich rüber bin. Ja, ich schiezen muss immer. Ich bin. 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 So, jetzt fähre ich mal Luftabwehr. Ich werde Luftabwehr. Kann ich den denn irgendwie B einnehmen? Soll ich mal bei dich spawnen? Guck mal schau nimm mal B1. Sind ja noch, wo sind denn hier welche? Weil ich das wüsste. Einen hab ich schon noch? Alter ist hier dunkel. Da oben ist es da im Haus drin, den hol ich mir auch. Komme ich denn da nüff? Ist noch einer? Wo noch? Ha! Mit nem Messer gekillt. Perfekt. Aber müsste ich jetzt noch mal kämen müssen. Ist halt das Problem, wenn man am Fenster sitzt, ne? Nein! Das Haus ist zusammengefallen. Und ich lag unten drunter. Welches? Das ist eh ne Haus. Ist hier wo wir grad drinnen waren? Ne, das ist gegenüber. Ist kaputt gegangen, dann bin ich gestorben. Okay. Hey Chef, was müssen wir angreifen? Achso, dir. Ne, F! F! Voll weit weg! Aber wenn Chef sagt, geh dahin! Dann gehst du dahin. Dann geh ich dahin, genau. Dann gehst du auch. Da ist so für dich unmarkiert. So, da hab ich ein Mann getötet. Der entweckst dann. Oh, bei dir viele Leute drinnen können, alle töten mich Das ist voll töterlich Okay Oh, du stehst neben mir, das ist gut, da kann man reingucken Da vorne steht Panzer rum, kann man kaputt machen Geht nicht, wo ist Panzer hin? Hinter dem Panzer ist einer Getroffenes Fahrzeug, läuft Ah, Luftfahrt wäre schon wieder mal Tchut, 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 hat getötet mich Ist nicht schön Ne, was bin ich denn, ich bin ein Russe Äh, wie, kann ich noch mal erzählen, ne, ich bin, ich bin ein Russe Ne, das ist chinesisch Oh, unten ist einer, unten Oh, Vodka, Vodka Vodka, Vodka, ah, Vodka, geht drauf in Vodka Phil, ich würde sagen, ähm, Titten, ja genau das würde ich sagen Ja, Vodka hat Titten Äh, D, 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 D ausgetrunken, Vodka Alter, weiß wie viele Leute hier sind Scheiße, ich hab noch einen mit der Pistole getötet Jetzt kannst du Titten ins Handmail machen Wir haben über Titten geredet, haha Scheiße, ich muss erstmal ja alles nachlörten Was ist Tue los? Ist richtig die Paddy Ach genau, ich werde schon wieder getötet Von unten aus dem Keller, genau Ich hab grad einen richtigen Laufhör Kills in Folge 3 oder so Alter, ist ein richtiger Laufhör Ich hab erst 5 Kills Oh, ich hab den getötet Was ist denn jetzt los? Wo hab ich's denn? Kack ping Mein Handy ist im Internet Warte, ich mach's aus Na, ist ein Mobildaden Na, scheiße, aber wenn ich bissel rumleck, ist irgendwie schlecht Was hast du denn für ein Handy? Galaxy S3 Samsung Ah, ok Wie ist bei dir der Akku so? Du hast einfach frei, ich bin in Probleme damit Ja? Hm Gut behandelt, sag ich immer bloß Sobald's aufgeladen ist, steck ich's ab Ich lass es nicht weiter läuten, weil das schadet ein Akku Ok Philipp, ich steck dich aus, ne? Doch, spring ab Nee, ich flieg weiter Nee, doch nicht Ich leb noch Nein, die schießen auf dich Ich leb noch Leute, irgendwas schießt auf mich Hilfe, irgendwas Ich bin hier total verwirrt gerade Irgendwas schießt auf mich und ich schieß auf irgendwas Ach gut, jetzt muss es ja mal gut sein Ich bin schon mal der Zweitbester, Drittbester Oh, du bist Bester? Was, bin ich denn? Erster Echt? Mit 9, 12, ich bin 7, 6 und bin auf Platz 3 Äh, Chef, was angreifen Mich sieht schlecht aus für uns Ah ja, was Ja 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 Celic Ich kann ja den Fahrzeug spawnen lassen Ist ja geil Da wurde dir das bestimmt zugeteilt Von Commander, oder? Ja 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 Von Maxi, Philipp 1, 2, 3 Ich glaube, ich sollte mal Let's Play als Commander machen, mal ne Runde. Ich stehe gerade beim Panzer. Chef, wir verlieren B. Nee, ruhig, ruhig, äh, B, nix mehr. Ich wette, ich wurde jetzt HZ getaggt. Das Hauptziel ist auch so, oder sonst? Ich weiß das nicht. Ich kenn mich nicht aus. Fachsprachen. Ich auch nicht, ey. Das gebe ich dich! Ah, Rousi, äh, Wodka hat mich getroffen. Wodka, 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 alle, wola, wola, wola. Oh, ich könnte Google übersetzen, wo sich vorlesen lassen. Was macht das? Fuck, ich hab' den mal gekillt. Spawnt der hier? WTF? Immer steht da so'n Typ vor mir. Was wollen wir denn mal sauchen? Hä, was? Was soll ich denn Google übersetzen und mal schnell sauchen lassen? Aber das Haus steht zusammen, pass auf. Ich bin eh dort. Äh, keine Ahnung. So eine Scheiße. Und ich kann's vorlesen lassen. Gaktimo. Verstanden. Gaktimo, ja genau. So, Scheiße, Gaktimo, ho Allah. Wie letztes... Ah, hier läuft grad nicht so. Der... Ich glaube, ich wechsle es. Ich glaube, ich wechsle das Team. Der Gegner ist behindert. Wack abklicken. Oh, ja, okay. Irgendwie klingt die Freustürvende so bissl... ...so gemein so klingt... ...wacken mit zu ma... No, ta, ta... ...programm... Ey, was jemand? Wölf? Warte mal, warum... Oh, Leute, da sind ganz schön viele... ...ich siehst du alle, denn du Sprat das kann... Oh, Baum fällt! F zum angreifen, F, und da fahr' ich jetzt dann rüber zu F Nein, guck doch mal auf die Map Ah, P, C, D, E, F, ist irgendwie alles nicht unser, oder? Oder ist rot unser? Na, natürlich Immer alles rot machen Ich kümmer mich gerade um, ah, ich fahr' in meine Garage rein Nein! Ah Wieso kann ich A nicht erobern? Boah, ein Sniper trifft mich im Sprung Im Sprung, Alter Scheiße, hätt' ich die Ecken doch nicht ausgelöchtet Ach, das ist ein Kackspiel Komm, können wir den verlieren Boah, die spielen alle nur Shotgun hier Ja, der weiß, ich smile, woher's Ach, guck mal Alter, guck mal, du bist auch Vierter Alter, unser Team ist so schlecht Wir spielen nie Battlefield, nie Trotzdem sind wir hier unter den Top Ten Grausam, nicht Was machen die, die Leute, die die ganze Zeit zocken? Ich bin die echt so scheiße Das sind alles kleine Kinder, die nix kennen hier gerade Die schießen jetzt aus dem Heli raus Ja, ich kann mir vorstellen hier Ja, da hinten stehen bestimmt fünf Mann, die nur rumsnipern Und das sind die ganzen Squad Leader Wenn ich das mir so angucke Oben auf dem Dach sind welche Die, die sniper die ganze Zeit Warte, ich guck mich mal um Da oben ist einer Ganz oben Ganz oben Ja Ich glaube ich sniper auch noch Bisschen fremd Oh, snipers Wie viele Meter sind denn das? Ja, ich hab ihn eh mal getroffen Ja genau Alter, der töte ja nicht mit einem Schuss Wer kommt denn hier vorbei? Was ist denn das? Der Räste sich auf den schießt Da schießt du auf mich Ich hab aber die Höhe noch nicht raus 300 Meter Achso Achso, höher Du hast da viel zu viel Zeit da auszuweichen Warum steige ich auch da hin? Das gibt's doch nicht Jetzt hieß ein Zwerer auf mich Oh, da war gerade ein Haus Da waren drei Leute drin Boah Jetzt irgendein Granatwerk Boah, die Höhe stimmt mittlerweile Du kannst unten mit V einstellen Wie viele Meter der weg ist Und dann macht der das automatisch Mit der Höhe ausgleichen Das sind ungefähr 300 Meter Okay, jetzt hat mich andere getroffen Es kommt drauf an, was ich für einen Sniper Hab, oder? Ich hab die CSLR4 Was hast du denn? Ach nee, hab ich nicht Warte mal Doch, ich hab die CSLR4 Entschuldigen, da irgendwo noch Äh, ich hab um so Um so ne einfaches Note Ach, der ist weg Ach, Sniper auf den Nackern Ist ein bisschen scheiße Da oben, die schießen Die Typen, die Typen schießen von uns Auf Dächer Und der, wo gar keiner mehr sitzt Da schießt eine Luft aufhör auf uns Wer hat mich Du kleiner Wichser Du Dich krieg ich noch Wenn das letzte ist, was ich mach Da hol ich mir eine Heli Und lande auf dir Da ist eine Heli Aber jetzt, jetzt Bring mir gar keine Punkte hier Doch, ein paar Fuck Aber er ist ausgewählend Ja, da, ich krieg den nur noch Da ist noch ein Heli Mit, mit einem Sniper im Heli Bin ich denn bescheuert Ein Nein, trifft ein Warte, ich treff den im anderen Heli drüben Oh, ich hab schon Muss man den, ähm, den Fahrertreffen davon Also den, hier den Ich hab eine 20-Fahrer-Vergrößerung Bei dem, bei dem Weiter Profi Gehen Will ich ranzoomen, weiß ich nicht mehr Hallo, hallo, ey, du Typ Ich nehm mal F ein Kann ich im Flug in eine Heli einsteigen? Nee, ne Schade Der Heli schiebt da gar zu langsam rund Soll ich mal wieder einsteigen können, ist ja klar Oh Mann, das ist deprimierend, ja Echt deprimierend Ja, die Runde schon Was ist denn bei uns hier hinten los, Alter? Was ist das denn hier? Ey, Philipp, willst du mal an hier ein Maschinengewehr? Ich hab so ein großes Auto hier Ja, hörst du mich noch? Ja, ich hör dich Mein Ping tut mir langsam Gedanken machen, ich weiß nur was los ist Leck ich, leck ich bei dir? Nö Ich hab ein 900 Ping Ich bleib, du Warte mal, ähm Du hast ein 500er Ping, also ein Wette fehlt bei mir Ja, ich hatte gerade ein 900 Aber TS leckst du gar nicht Und das Spiel leckt er bei mir ohne Komisch Mach dein PC vielleicht gerade auch was? Ich hoff's nicht Die Grafikkarte wollte für uns ein Update runterladen Vielleicht macht sie das jetzt? Na, als ich sagen will, jetzt mach weiter, hat sie das nicht gemacht Okay Das gibt es doch nicht, ey, ich kann doch die drauf zielen, ne? Oh, aber die sterben einfach nicht Woran? Das verstehe ich bei manchen Shootern, ne? Ich ziele drauf und die sterben nicht Nix! Die leben einfach! Als hätten sie nichts anderes zu tun, außer leben Geh doch unten rein Geh doch unten rein Wie du ein Kack, hey, ich bin immer noch Dritter Wow Wie, ich war doch hier nach der Ecke Fuck, fuck, scheiß Ping, ey Du warst voll im Gang Ich war... Die waren aber hinter uns Ich war in der Ecke 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 26 noch Können wir jetzt mal noch irgendwas kaputt machen Ich stehe vor dem, ne? Ich stehe fast in dem Tritt und treffe den nicht Wir könnten eins sein, ne? Und ich treffe den immer noch nicht Aber er, mich Ach, wir haben verloren Ach, was für ein Wunder, ey Super Ja, ja, nicht so schlimm Restzeit 99 Minuten und 59 Sekunden Hä, der, das ist ja super So, gucken wir jetzt an Daniel Man, das war's brutal Ja, stimmt Halt die Fresse Oh, stimmt, Alter Hab was neues freigeschalten Ich... Ilalog fucking Cheater Vielen Dank fürs Zuschauen, für diese Folge Wo ist denn der Chat eigentlich? Der Chat wird mir ausgeblendet Wir sehen uns irgendwann nochmal wieder Noob, you better play Tetris online Ja, genau Also, wir sehen uns bei Let's play Tetris online Bis dann, tschüss Genau Genau